moin moin leute georgia freut mich dass ihr wieder dabei seid in diesem video heute werden wir uns mal mit einem thema beschäftigen was die letzten tage relativ oft nachgefragt wurde sowohl im stream also auf youtube und zwar wie budget kann man den herrl stacker machen beziehungsweise gibt es eine budget version weil einige items ist das haben wir zum beispiel was er irgendwie immer noch über 40 ex der jule kostet zwischen 10 und 20 ex mittlerweile der flaktuiert ganz schön und auch die anderen items sind relativ teuer weil man nicht wirklich weiß wie man zu kraften soll und deswegen haben wir uns jetzt mal ein bisschen damit auseinandergesetzt dass wir möglichst die meisten items mit unix ersetzen die das kraften halt ja ablösen in dem fall und relativ günstig sag ich mal zu bekommen sind mittlerweile ganz wichtig es ist kein ersatz für den bild den wir im stream und so weiter spielen oder dem video gesehen wurde die selbst gekrafteten items sind eigentlich in den meister slots besser sowohl für ein clear als auch für single target für die explosions für alles aber wenn man anfangen will gerade mit dem herald stacker er gerade mit dem autobomber dann sollte das hier eigentlich ein bild sein was auf jeden fall erst mal funktioniert und wir werden jetzt erst mal die map hier zeigen eine spielweise an sich ändert sich eigentlich so gut wie gar nichts wir sind ein bisschen langsamer das ist klar aber mitunter sind auch einfach langsamer weil wir gar nicht viel schneller sein dürfen weil wir natürlich nicht so viel damit machen dass wir jetzt jede einzelne gruppe mit einem wirklich gleich mal mit einem strike wirklich töten aber an sich wir müssen auch nichts nach kasten ist es wirklich komplett automatisch wir kasten hier kein brand und so weiter außer wenn wir halt bei einem ost oder bei einem relativ starken bob gerade sind ansonsten wird hier alles komplett automatisch getriggert die skill gems sind eigentlich nicht wirklich unterschiedlich werden wir dann gleich noch mal durchgehen ich habe versucht das ganze runter zu brechen auf das nötigste natürlich wenn man mehr ex hat kann es sehr sehr schnell sehr viel besser werden aber das ist auf jeden fall jetzt so dass im minimum was man haben sollte was auch einen relativ guten system hat weil wir relativ viel lightning resi haben wir schauen wir haben 81 prozent maximale lightning resi das heißt wir bekommen auch weniger schaden durch unsere ringe wie der autobomber an sich funktioniert wer das wissen will wer das noch nicht weiß der schaut sich am besten noch mal das erste video an da werde ich jetzt nicht so im detail darauf eingehen hier geht es vor allem darum wie man diese budget version zusammenbaut und warum wir die verschiedenen items gewählt haben kasten machen wir jetzt mal nicht mit die dauert meistens zu lange ist jetzt für die video zwecke und man sieht ja manchmal gerade ein gelber mob bleibt aber ein bisschen länger muss man eine sekunde an der stelle stehen in der regel kleert man aber trotzdem besser beziehungsweise schneller als die meisten anderen bilds in der regel wie gesagt das hier ist im endeffekt kein bild der jetzt für immer so sein soll es ist eine version von der aus man war sie dann auf die ja die mit dem kraften items upgraden sollen wir sehen ja auch der boss damage ist in ordnung er ist natürlich nicht so wie wenn man die 40 60 ex items hat aber ja das ist halt bei jedem bild so das ganz normal so wunderbar wo fangen wir an ich denke wir fangen auf skill tree an also wir haben hier auf jeden fall kein unnatural instinct mehr weil es relativ teuer mittlerweile wieder geworden ist wir haben zwei jewels die wir auf jeden fall benötigen das ist einmal für der v damit wir glänzing blau und rune bei damit gehen können und uns halt sehr viele punkte noch mal sparen ansonsten hat sich hier nicht viel geändert auf die weise auch muss ich eingehen wir skillet mental damit schmidt wir sind krit mit wir nehmen hier die note mit für ein prozent maximum oras ist ja halt diese 81 prozent kommen ganz wichtig ist um den schul kommt man auch nicht rum glorious vanity wieder mit dorianni am ende ganz einfach weil wir dieses corrupted soul brauchen ansonsten ja hat sich im skill tree nicht wirklich was geändert wir lassen so ein paar als der sockel weg wir brauchen auf jeden fall der large cluster jewel mit zumindest doriannis lassen ich habe die medium cluster tools jetzt auch mal weggelassen weil die halt auch relativ schnell teuer werden können und habe die skriptpunkte dann lieber in ja in live gesetzt wir sind hier in den in den tabler starting bereich nur ein bisschen reingegangen und so weiter und ansonsten muss ich hier nicht so viel darauf eingehen eigentlich wie gesagt ein thread of hope mit very large und möglichst wenig minus all rest oris vanity mit dorianni und doriannis lesson als large cluster jewel das einzige was wir wirklich brauchen ansonsten haben wir hier noch paar jewels die uns live und vor allem resis geben ihr müsst schauen dass ihr die resis gecapt bekommt ist nicht so einfach wie es klingt weil es schwierig wir haben es gerade so hinbekommen mit den verschiedenen steinen aber da kommen wir gleich darauf zu sprechen ich habe auch übrigens dann wieder für die items hier eine liste wo alles im entwickler untergebrochen ist natürlich können sich die preise verändern das ist ganz normal aber es ist momentan so der richtwert dass wir so bei 11,7 sind aber wie gesagt das kommt auf den markt darauf an und ihr könnt wie immer dann hier drauf gehen und euch dann direkt den trade link anzeigen lassen zu dem jeweiligen item und ja schon bekommen wir jetzt ab 2,7 schon das heißt man ist schon unter dreiecks schauen der stab war letztes mal auch schon ein bisschen unter ok der ist gerade bei dreiecks und ja auf jeden fall die liste werde ich natürlich wieder unter im video verlinken aber jetzt gehen wir erst mal die verschiedenen items auch durch weil erst haben wir als waffe ein stadt den man selten sieht viele haben oder viele linien stapeln nur zum kraften der map aber hier hat er eine ganz gute anwendungsmöglichkeit agnerod solve wir bekommen viel intelligence was uns quasi noch ein bisschen energy schild gibt wir haben lightning damage ist cool plus 2 auf plus 2 level of all lightning spell skill gems also automatisch den herald level 22 bzw 23 was noch mal sehr gut ist genauso stompel natürlich auch und dann haben wir noch fünf prozent zum maximum lightning resistance und warum das gut ist ganz einfach wir brauchen möglichst viel leiten resi damit wir den schaden von diesen ringen gegen denken bekommen im endeffekt jedes mal wenn einst von herrl of thunder einschlägt 500 leiten der mensch das wird natürlich von verschiedenen negierungs mechaniken verringert und leiten resi ist halt eine davon das heißt wenn wir mehr leiten resi haben bekommen wir auch weniger schaden was uns sehr sehr stark dabei hilft wo live als auch eine schild quasi abzuhalten deswegen ist der starb eigentlich ziemlich ziemlich geil und 20 prozent penetration ist natürlich auch mega ist im endeffekt glaube ich dann ja 40 prozent lightning pen ist quasi ein halber weg und lightning pen ungefähr also es ist ordentlich was hier auf dem stadt quasi drauf ist wie sagt 16 für 3x wunderbar ansonsten die hände haben wir auch im normalen bild haben wir resis drauf energy shield und gegner bekommen 5 bis 35 prozent mehr leiten damage wenn sie in schild area sind das lösen wir dann später aus weil wir kasten der bestecken mit korn snap machen und ja ansonsten ringe sind klar die normale explore sie chest die wir sonst dann haben wird hier ersetzt durch eine impulser sex link die dafür sorgt dass gegner explodieren wenn sie geschockt sind bis also wenn wir sie töten und geschockt waren auch noch mal sehr gut außerdem ist ihr increase effekt auf schock drauf was in den meisten fällen dafür sorgt dass wir nicht overstock brauchen um auch bosse zu schocken am kopf haben wir crown of the inward eye ganz einfach 21 prozent increase max live und energy shield ist einfach mega gut für unser bild weil wir sowohl live als auch energy shield brauchen und ist relativ günstig zu bekommen ist 20 chaos mit max roll also mega gut in den schuhen haben wir phänomus spinner rats das sind die schuhe von dem spin bestiary boss die ziehen wir an ganz einfach aus dem grund weil sie uns energy shield und hit geben das heißt jedes mal wenn wir einen gegner hitten er mit einem spider web belegt ist das heißt unter dem effekt vom aspekt auf spider steht bekommen wir 20 energy shield das heißt es hilft uns doch mal gerade energy shield gegen zu heilen weil energy shield ist das wo wir meist deutlich größere probleme haben das gegen zu halten auf unserem gürtel haben wir viel stärke drauf ganz einfach weil wir viel stärke benötigen der stab hier braucht 158 stärke bis 188 aber 158 schon relativ viel deswegen in den meisten fällen auf dem gürtel stärke haben ansonsten einfach live und resis draufhauen und auf dem amulett das zweite gelbe aspekt auf das weiteres weiter könnt ihr natürlich auch auf den gürtel machen müsst ihr schauen wohl ihr platz habt ansonsten auf dem amulett einfach nur live bisschen decks weil wir sechs ja für das braucht mit decks ja also wir brauchen generell haben wir anscheinend relativ wenig decks 63 habe ich noch ein bisschen decks mit aufs amulett gemacht ansonsten natürlich wie immer live schaut dass ihr die restlichen resis voll bekommt und aspekt auf spider entweder hier drauf oder auf dem gürtel und hier natürlich constitution allocaten für mod defense ansonsten könnt ihr auch irgendwas offensives nehmen auch wenn ich da gar nicht wüsste ob es hier wirklich was lohnt also die note ist defensiv schon mega gut 20 max life und falls du wirst ein increased max life ist einfach nur mega gut und ja ansonsten kommen wir zu flas ganz normal movement flas mit movement speed und increased effect diamond flas mit blitmogel sind das volum mit krit 100 chaos glaube ich weiß auch müsst ihr schauen natürlich für weiß auch nur nehmen mit leiten sie auch am höchsten ist ansonsten könnt ihr hier auch noch irgendeine beliebige defensive flas mit einnehmen und ansonsten aber dann ist es mit drin ja im endeffekt war es das schon dazu wir müssen in dem fall hier auf jeden fall wird just bana mit skillen damit wir ja wohl respekt auf das beide an machen können als auch den herrl of thunder und ja das ist natürlich nur aber auf dem kopf nicht die herrl of thunder wird just mana entscheidend hat aber die ist wahrscheinlich relativ teuer auf dem crown auf einer crown of the inward eye und wir wollten das bild ja relativ günstig halten und deswegen ist das mein setup was ich mir ausgedacht habe wo man denke ich mit 12 x hinkommen sollte ich wurde jetzt immer gefragt mit was kann man anfangen habe ich gesagt 20 x das hier sind auf jeden fall wo erst mal ein paar unix kaufen könnt wo ihr dann halt stück für stück war sie mit zwischen machen könnt von dem bild hier um autobomber wie ich in das spiel oder wie in andere spielen mit selbst gecrafteten zwei ernststab selbst gecrafteten kopf post und so weiter ja ansonsten war es das erst mal mich wird brennend interessieren die das nachbauen wie ihr so findet ob aber bei euch funktioniert ob alles klappt wenn es irgendwas ist einfach noch mal bescheid sagen gerne auch im stream vorbeischauen an der stelle ich auch gerne noch mal werbung für die würfel liga die am freitag um 20 uhr startet habe ich ein video gemacht müsste das video vor diesem hier sein wird mit dem randomizer ausgewürfelt wer welche klasse spielt wer welche skills benutzen darf ist man ganz netter ansatz und ich freue mich auf jeden fall drauf und ich werde dann freitag 20 uhr ordentlich los streamen und ja ansonsten sehen wir uns dann im nächsten video wieder würde mich freuen bei schargi tschüss